ARD Text im Auftrag von Funk Alter, die Super Badass Racks sind gar nix mehr gegen mich. Hey komm, weiter geht's. Die Baffe macht richtig, richtig viel Schaden. Wenn du ne, willst du ne, ne SMG, die... Alter, fick die die weg. Jetzt kann ich wieder rushen, aber richtig krass. Will der Sniper rushen geben. Ist halt ne Dreier-Burst-Waffe aber, Alter, die der Mensch... Mach den tollwütigen alleine, ne. Mach das, ich loote mal. Ich habe eine potentielle Kammerjägerin gefunden, Sir. Das ist sicher interessant. Sie ist eine Sirene. Was? Anders als Lilith scheint sie keine Verbindung zu Iridium zu haben. Aber... Erzähl mir alles, sofort. Ich habe keine Informationen über ihre Eltern. Doch als Kind wurde sie beim Orden des aufkommenden Sturms zurückgelassen. Bei wem? Das ist ein Mönchsorden, der auf dem Planet Athenas herrscht. Die frühesten Überwachungsaufnahmen, die ich finden kann, sind vier Jahre alt. Abspielen. Volk von Athenas. Nach Jahren der Ausbildung und der Vorbereitung kann der Orden des aufkommenden Sturms sie offenbaren. Eure Erlöserin. Sprich, Maja. Sprich zu deinen Untert... Wow, wow, wow. Du hast doch nicht geglaubt, du würdest leben, wenn ich hier rauskommen? Hm. Wo geht's? Da oben liegt gut. Komm her. Was hat der gesagt? Äh, was mit Diablo. Okay. Und fick dich. Hinter... ne, vor uns? Ja, vor uns. Oh, das ist einfach ganz gut. Alter. Den hast du jetzt mit einem Schuss weggemacht? Das ist doch Mordecai, das ist ja. Mordecai. Ah, okay. Oh, hier rennt die Radiom rum. Bin voll. Ja, nehm ich auf. Alter, wie der sie alle wecken moscht. Hier hinten liegt noch Zeug rum für dich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ne Schrotze. Jaaa, ne Schrotze. Ich glaub, die war sogar gut genug auch, dass ich die benutzen könnte. Brauche ich mal ne bessere Schrotze. Drei Muni. Ohhhh, immer so kurz. Benutz die halt mal, du hast ja eh noch dein Ding, dass du keine Muni verbrauchst. Jaaa, aber. Pfff. Ja, aber die LED, okay doch, die LED zieh mich ziemlich schnell nach. Guck mal. Julian? Ja. Okay, es geht klar. Es geht echt klar. Es macht halt doppelt so viel Schaden wie die vorherige. Es macht doch so viel Schaden. Nur normal, okay. Boah, da werden wir jetzt schon... Oh, geh aus dem Inventar raus, alter. Ich bin schon ziemlich derbes equipped jetzt. Warte, ich will verkaufen. Willkommen in meine beschreidete Lade. Willkommen in meine beschreidete Lade. Willkommen in meine beschreidete Lade. Ne, ne. Willkommen in Dr. Selbsttragbarer Klinik. Was kann ich für dich tun? Äh, ich hatte ne Schrotze 1300x8. What? Du hörst dich grad voll komisch an. Bin grad neben dem Mikro. Brauchst du ne Schrotze 1300x8? Ne, eigentlich nicht. Willst du ne Korrosions-Sniper? Ne, lass mal. Macht halt 5000 plus 1300. Na, sie ist weg. So. Oh, ja. Weg, weg. Da hab ich doch einen wunderschönen Klassen-Mod noch mehr live. Weg, 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 weg. 15.500x5, Granaten-Mod, willst du denn? 15.000, leg mal hin. Äh. Hm. Ihr versuch nicht zu sterben! Ach ficken, ich hatte grad ein Sirene-Teil mit Team, Abklingenzeit 19%. Ich hab ihn verkauft. Erst zurück kaufen. Ja? Ja. Ich hole dir den, ne? Ja. Entspannt, da hinten liegt der in Granaten-Mod. Was ich hier für einen Sirenen-Mod jetzt hab? Warte mal, ich pack den mal schnell drauf. Wenn das Geld stimmt, rette ich dir dein Leben. Da. Aber jetzt 25.776 live. Und ich stelle keine Fragen. Krank. Ich hab ne Granaten-Mod, die macht 30.000. Kann ich die anziehen? Könnte, hier liegt der Ding. Kann ich die anziehen? Kann ich die anziehen? Nico? Die hier macht mehr. Ich check mal ab, wie die so fliegt. Ist so ein Teleport-Granate, pass auf. Ach Nico, komm mal her. Was? Nimm an. Wann fängt das an? War doch so klar. Das ist ein Facelock. Wie meinst du, war das jetzt Facelock oder hast du draufgeschaut? Das war einfach nur Facelock. Da hast du dich mit Facelock gefickt. Ich hab dich mit Facelock gefickt. Ich hab dich mit Facelock umgekillt. What the fuck. Noch ne Runde? Ohne Facelock? Ja dann tübst du mich weg. Dann teste ich mal die neue Schrotze. Dann fängt's an. Jetzt. War nicht schlecht, ne? Ja. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Wie können wir? Äh, ja. Mal kurz den Muni nachkaufen. Willkommen in meinem bescheidenen Lade. Oh, ich hab... Wie viel Geld hast du? Ich hab 280.000, ich bin mal wieder reicher. 213.000, das mehr als ich. Ab nach Sanctuary. Oh, ich hab grad geraised. Boah, dann lass mal ne Runde, ähm, Ding spielen. Was? Ja, was wohl? Glücksspiel. Nee, Alter. Lass lieber mal ein paar Nebenquests machen. Ein, zwei. Oder ein paar Bosse. Umlieten. Bosse umlieten? Na also, da ist sie ja. So. Dies ist ein Lied für Mordecais blöden Vogel. Mist, wär lustig gewesen, wenn ich sie früher gehabt hätte. Klappe! Irgendwie hat Jack nen richtig, 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 richtig krassen Schaden. Wann, wer, wo, wie, was? Jack hat nen, hat so nen Schaden wie du. Guck. Hui! Tolle! Was zum Teufel machst du?! Du, 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 oh. Uhuh. Heiliger Skelteck! Ich bin unsichtbar! Ah, das ist... Ich kann nicht... Er untertan! Quitsch! Sehr gut. Jetzt kann Claptrap uns durch Angels Sicherheitskraft bringen. Kommt zurück. Wir wissen vielleicht, wie wir an dem Bunker vorbeikommen. Ja, Nico, mach noch bis zum Bunker. Skin-Anpassung. Bis zum Bunker? Ja. Gleich macht's Bum. Keine Ahnung, irgendwie ist die Sniper grad voll scheiße. 1800 oder so. Oh, ich hab ein paar geile neue Skins. Was hast du gekriegt? Ah. Neue Skin. Echt? Durch was denn? Aufgesammelt, alle Scheiß. Ich baller mein Geld um bis 200.000 runter. Geile Mucke ist hier auf jeden Fall. Yay, Iridium. Läuft. Ich glaub auch nur irgendwie eins oder so. Bist du zum ersten Mal? Ah, zweimal spielen, dann bin ich fertig. So. Letztes Mal. Wer ist das? Guck mal. Waaaah ha ha ha. Wieso hab ich nur zwei Egglessons mit nach Kondora gebracht? Ich hab beide schon durchgeschossen. ich gehöre nicht dazu die Slack-Experimente für unmoralisch halten, die dir nicht wie ich einen Batzen Geld für die Lieferung von Testergebnissen aus dem Hyperion Reservat zahlen würden. Solche Leute sind einfach nur dumm. Da. Draußen vor der Tür liegt ein bisschen ein paar Sachen. Herzlich willkommen, Kunde. Ne, fette Sache. Hast du genommen? Noch nicht? Ah, hab ich schon. Ja. Egal. So, wo bist du? Hier. Woll ich hochkommen? Ähm, kannst doch so. Bring diese Nachricht nach 1000 Cuts. Du wirst diese Nachricht einem Banditenanführer namens Slapking bringen. Früher gehörte er zu den Crimson Raiders. Bis seine Methoden zu brutalen. Jawoll. Ich hielt es einfach nicht für effizient Hyperion Funktionären vor den Augen ihrer Familie die Gliedmaßen eins nach dem anderen auszureißen. Er sah das nicht ein. Aber er schuldet mir immer noch einen Gefallen. Und er kann uns helfen, am Bunker vor Control Core Angel vorbeizukommen. Willkommen. Hey, Roland. Hier ist der Name von Jack. Erinnerst du dich? Alter. Meine Männer haben eure Banditenersche aus New Haven gekickt und deine kleine Freundin Lilith getötet. Der Buds. Egal. Wie ich höre, bist du und der Rest deine kleinen Kumpels nach Sanctuary umgezogen. Wollte dir nur gratulieren. Du hast euer Ableben um ein paar Monate hinausgezögert. Ich werde so damit beschäftigt sein Eridium abzubauen, um diesen Kammerschlüssel aufzuladen, den ich von eurer Freundin Tennis gestohlen habe, dass ihr für eine Weile niedrige Priorität habt. Also, ciao. Kommst du? Wollte, guck dir mal den Skin an. Bist du? Ich bin Albino. Die sieht das scheiße aus. Ich bin Albino. Außer die Arme. Ja, die nicht. Ah, guck mal, was gibt's denn da Schönes? Den Banditenentflammungsskin habe ich auch drauf. Ja. Ja, den sehe ich. Oh, der sieht scheiße aus. Schau kurz meinen Kopf an. Gleich. Wenn ich mir einen schwarzen Skin mache, darf ich dann schwarze Müsse bringen? Nein. Nein. Schade. Boah, ich nehme mir noch den Kranken, der sieht einfach dumm aus und lustig. Willst du wieder die Lehrerin-Skin nehmen? Nein. Können wir? Ja. Ja. Oh, ja. Guck ich mal am Handy, wer mir in Skype-Sauer das geschrieben hat. Weil mir wurde in Skype geschrieben. Auto. Ein Auto. Ist ein gutes Ding. Spawnen. Spawnen. Spawnen beide. Ja. Warum hast du die Farbe verändert, du Fotze? Welche Farbe? Ja. Verdammt, ich häng fest. Ja, Mann. Das wollte ich. Wollte. Wieso, du bist so offener? Muss man da lange, ey? Hä? Muss man da laufen? Ich glaube, ich hab mich festgemacht. Du bist ein Mongo, weißt du das? Äh, nein. Du musst grad die Straße hochfahren. Direkt neben Spawn. Oh. Ja, dann beeil dich. Übersteuer halt, das ist kein Problem. Ah, die Schrotze geht doch, klar. Da die ne... Da hat mein Mund grad direkt am Mikro. Control Core Angel ist oben auf diesem Berg. Dort befindet sich auch der Kammerschlüssel. Ja, ich sieh's schon, die Arena da oben ist schon. Du bist grad leise geworden.